WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Boah, ist gerietzig. Oh, sorry. Wie cool, ey. Setz dich mal rein, da kann man sich schieben. Nee, der ist so schwer. Ich hab das vergessen. Zu zweit. Boah, ist das schwer. Aber vielleicht ist auch die Bremse angezogen, die Handbremse. Wir wissen aber jetzt immer noch nicht, was das für eine Firma ist, gell? Nee. Fertig ist neu. Hier haben wir eine Lappmaschine. Schlüssel. 333. Oh, krass, was da hin? Sind das zwei Lippen? Ja, nicht. Die Räume da. Ja, ich weiß nicht. Boah, ich hab das Räume. Ich hab das Räume. Ich hab das Räume. Ich hab das Räume raus. Ich hab das Räume raus. Ich geh da raus. Ja. Soll aber nicht anleuchten, glaub ich. Ja, mit anleuchten. Boah. Was ist das für eine fette Tür? Das wäre auch so ein Ressortraum oder so. Da auch. Das wäre neu, das wäre neu. Das wäre neu, das wäre neu gebaut. Krass. Wo ich mit Max zusammen die Schweiz fand, bin dann war wir im Schwarzwald. Topf nach Neue, äh, Führer bei der Hinten. Das war bei der Füße. Hier, Bordgeil von der Hinten. Hä, krass, das sieht alles nicht so richtig neu aus, gell? Ja. Ja, ich denke, es ist komplett weiter. Das war hier dann nur eine Reihe, oder was? Ja. Irgendwas mit Stoffen, die hergestellt wurden, garantiert. So eine Rakete auf Brädern. Probe, dass die Klinge. Herr Rennweste. 100% Polyester. Ja, sicher. Nein, lass stehen. Nein. Bei dem? Brauchst du einen Tee? Ja. Weil... Ist ja echt auch eine Neue, oder? Ne. Ist schon älter. Christian Pfefferminz. Ja. Hattest du halt noch gar nicht, gell? Ja. Kannst du auch denken? Das ist wie so ein bisschen Lernunterlagen. Da ist auch wie so eine Prüfung drinnen. Das ist halt echt geil. Da steckt ein Klobölz in der Ecke. Genau, mit so Punkten hier. Guck mal. Krass. Das ist bepunktet. Ah ja. So. So. Jetzt. Die zählt immer ein bisschen an die Decke, ne? Echt? Ja, die kommt. Okay. Decke muss man auch mal zeigen. Ja, das ist wichtig. Decke. Ja. Ja. Das ist ja echt uralch. Das ist ja echt uralch. Ja. 1979. 1976. Was sagst du? Was hast du das hier? Es wird lauter viel Zeug über das Götterweich und so. Ja. Wir sind auch in voll gutem Zustand. Boah, wir sind echt krass. Du weißt, wieviel Kilobyte er festplattiert hat. Boah, das ist ja bravig. Kannst du gucken bei der Ecke auch noch mal schauen? Ja. Wir brauchen einen Kleiderschauen oder was? Alter, echt? Ja. Jetzt blöckst du es. Oh, da geht es noch mal hoch, oder? Oh, ne altes Schloss. 1982. 87. Ja. Ne altes Schloss. Ne, ich glaub ja. Ne, ich glaub jäle mich. Wir haben hier mit uns auch. Hm, geht nicht. Oh, Nanzenklassen. 39. Was ist denn im Angebot? Ich gehe mal davon aus, dass das alles weh mag sein. Ja, das kann sein. Wie neu das alles ist! Das verwundert mich immer wieder. Einmal ein Windelstahl, ja. Der Leistungsnachweis. Ja, kannst du ja einen ganz neuen, äh, Fernsehkugel. Ganz neu, ja. Mit 299. Das sind ja alles neue Kartons. Riesenhalle, Mann. Aber hier ist gleich eine Tür. So was? Das ist ja geboren. Das war ein fetter Schalter, ey. Ja. Der wird bestimmt gut aufhören. Ja. Ich glaube, soll ich jetzt sicher noch ziehen? Ja. Das ist der Lastenzug. Ja, genau. Haben wir schon mal gesehen, ne? Ja. Aber ich meine jetzt der von da unten, der Große. Ja. Ah ja. Boah. Aber jetzt sind wir eigentlich durch, oder? Ja. Also im letzten Geschoss habe ich nicht so viel geschaut. Ich bin jetzt direkt hoch. Ich bin einmal durchgelaufen. Ich stehe noch ein paar Maschinen, aber das war es in den anderen Rang. Und eine gute Pfanne gibt es noch, Christian. Da geht's noch weiter, oder? Ja. Ach echt? Warte. Michael! Boah! Du bist gar nicht gewackelt als das Dach. Ne, weiß ich nicht. Ich bin extra nicht gesprungen. Ich sehe mich gerade bis hier. Ja. Ich sehe meine Kamera gerade noch. Alter, wie siehst du denn den Spiegel? Ja, ganz ehrlich. Du musst dich hinten entstehen, Christian. Die ganze Zeit hinten. Du bist ja schnurig. Ha? Oh jetz! 1,2,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Das ist das, was wir tun haben. So, jetzt war es jetzt eine Fläume, oder? Nein, man lautet nicht so, jetzt. Es gibt wenig Luft. Es gibt keine Luft. Es wird nicht so. Ich weiß, dass die Fläume funktionieren würde. Und wo geht's? Ja, es ist nicht so. Das hat mich auch nicht runtergedrückt. Das hat sich auch nicht runtergedrückt. Der ist selbst schon ausgeblieben. Schade. Ey, das war voll lieblich, dass deine Rechte ausleihen können. Megacooler Spot. Der war schon cool jetzt, ne? Ja, muss ich mir direkt mal anfangen. Der nächste hat immer noch zu tun, dass ich die Rechte ausleihen kann. Was machen die denn? Oh, da unten steige ich eben das Ding rein. Trauerbar. Ich werde ein bisschen trainieren. Vielleicht funktioniert das Ding dann auch noch. Das geht auch mal mit Dynamo oder so, ne? Nein. Das ist weg. Oh, das war für irgendjemand, dass die Decke irgendwie hier ist, ey. Die Decke ist nicht gleich, Christian. Ach ja, aber du hast ganz viel Schüttel in dem Raum. Hast du das Zehn? Wie blau schüttelst du das? Ich habe den Kopf mega angenommen. Ah ja, hier kann man auch rein. Oh, da unten geht es ja nochmal weiter. Boah, ist das riesig. Schau mal an. Was ist das hier? Heizen. Heizen, echt? Sie sind echt uralt alle vier, oder? Schau mal her, vor allem mit dem Karin hier. Das ist ja ureizwendig halt. Da war irgendein Tierbilder. Ich halte die Brust. Ich höre, was ist das hier? Ich möchte nicht das Wasser fallen. Schau mal her, das ist eine Kuh, finde ich. Das geht so zack, zack, zack. Geil. Käfigaufzug, ne? Geil. Die Luft hier ist schon echt schlimm gerade, oder? Die ist sehr mockig. Sagen wir immer, nicht angenehm. Das ist alles so. Boah, die Bade. Boah. Täuscht doch, ey. Was soll das? Das sind alles so die Baddinger. So ein Ding, wo wir drauf gucken. Jetzt hätten sie so neulich hier zwangsweise gebadet, so sieht das aus. Ja, gell. Aber wieso so viele? Das ist ja unglaublich viel. Massenbad. Ja. Alle müssen gebadet werden. Man kommt überhaupt nicht in den ersten Stock, gell? Ja. Hä, hier sind ja immer noch Badewannen und so. Ist ja überall. Der ganze Bereich ist ja Badewannen. Ja, auf der anderen Seite müssten auch noch irgendwelche Pfeil. So, jetzt müssen wir diesen Frischengang ausgedreht. Ja, genau. Hier ist ein Massenbad. Hä, da auch? Geil. Ich finde das Gebäude so komisch. Toll, Christian. Wahnsinn, du brauchst die Decke auf jeden Fall. Oh. 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 Oh, das Dach schon so ausschaut, ne? So komisch. Da ist eigentlich David gewählt. Das gehört so. Ja, ist nicht. Boah, in den Turm. Das wäre auch cool, wenn man da reingeht. Also da wäre ich richtig vorsichtig. Wo? Oh ja. Ja, ja. Da ist ein Dach im Boden. Da sind die einzelnen Zimmer. Ach, da kann man dann auch. Man rufen oder so. Genau. Ja, das wars, da, scheiße auchREIT эксп optimistischen Ratschensöhnerne. Oh, ja. Jangan rufen andere ziemliche forums. Das ist ja auch schon.